Willkommen bei Mercedes-Mee für Geschäftskunden. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihrem Unternehmensprofil weitere Nutzer hinzufügen können. Geben Sie im ersten Schritt Ihre Mercedes-Mee-Anmeldedaten ein, um sich in Ihrem Mercedes-Mee-Konto anzumelden. Anschließend gelangen Sie auf die Startseite. Mit dem Klick auf die Schaltfläche Mercedes-Mee-Login öffnet sich ein Pop-up-Fenster. Dieses Fenster bietet Ihnen Zugang zu allen relevanten Anwendungen im Mercedes-Mee-Portal. Um ein Unternehmensprofil zu erstellen, zu verwalten oder zu bearbeiten, klicken Sie auf Profil wechseln. Nach dem Klick auf die Schaltfläche Profil wechseln, können Sie ein bestehendes Mercedes-Mee-Unternehmensprofil abrufen, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Hier können Sie Nutzer verwalten, bestehende Nutzer bearbeiten oder neue Nutzer zum Unternehmensprofil hinzufügen. Sie können weitere Nutzer hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Nutzer hinzufügen, klicken. Jeder Nutzer benötigt vorab eine persönliche Mercedes-Mee-ID. Geben Sie die Mee-ID des Nutzers ein, den Sie zum Unternehmensprofil hinzufügen möchten. Daraufhin sollten Sie die zukünftige Rolle des Nutzers spezifizieren. Sie können hier zwischen Admin und Fahrer unterscheiden. Um das Hinzufügen von weiteren Nutzern abzuschließen, klicken Sie auf Nutzer hinzufügen. Geschafft! Sie haben einen zusätzlichen Nutzer zu Ihrem Unternehmensprofil hinzugefügt und der Kollege kann nun ebenfalls Ihre digitalen Extras von Mercedes-Mee mitnutzen. Vielen Dank!